Wie viele Leute sind hier? Keiner. Quantum, wir haben Milta für uns allein. Wir müssen nur aufpassen, links bei Milta Power, links wo das Kraftwerk ist. Da sind ganz viele, die kommen bestimmt nachher auch hier lang. Wir sind ganz alleine hier. Glaube ich nicht. Wir sind gerendert wahrscheinlich. Guck doch mal, du siehst keine Fallschirme bei uns. Ich bin ein Profi in Sachen Orte auswählen. Ich sag's dir. Das kann keiner so gut wie ich. Subway, Beste. Das beste Fastfood ist immer noch für mich Döner und Pizza. Es geht einfach nichts über Döner und Pizza. Hier ist keine Waffe drin, das kann doch nicht wahr sein. Hier ist noch ein Helm. Nein, hier war ein Superlandum. Hier ist noch ein Helm. Okay, ich nehme mal die Häuser, die hier oben sind. Wenn man manchmal die Steps von seinen Kollegen falsch hört. Ich dachte jetzt erst, da kommt ein anderer, weil das eine andere Richtung war. Ja, eine Dönerwährung wäre gut. Wenn man alles in Dönern umrechnen würde, dann hätte man auf jeden Fall, dann wüsste man immer, was man hat, ne? Manchmal spiele ich auch Gitarre dazu. Da kriege ich die Herzen der Frauen. When she say... Du musst aber auch immer gute Lieder sein, sowas wie... wie Raymond. Supergirl. Also das müssen schon richtig gute Lieder dann auch sein. Supergirls, don't cry. Genau. Ich bete es. When she say... It's okay. Ich bete es. Ich bete es im Hintergrund aus. I got lost. On the way, cause I'm a Supergirl. Kreativ. Oh, zwei Leute hinter uns. Was? Ganz weit oben. Ganz weit oben. Nein, da oben am Turm. Rechts vom Turm. Was? Rechts vom Turm. An den Bäumen. Ah. Ich hab den einen zweimal gehittet. Jetzt hauen sie ab, ne? Ich schwöre, ich hab... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt zwei Leute zweimal gehittet von denen. Jetzt könnt ihr auch irgendwann mal sterben. Ich renne hin. Are you a murderer? Die heilen sich wahrscheinlich die ganze Zeit auf, die Pisser. Oh, toll. Ja, genau. Danke, Bombenzone. Oh, ne. Jetzt heu sie. Ich hasse das. Nur, nur um uns jetzt noch mal... Hast du Kondome mit, weil uns das Spiel so ran nimmt? Fuck, nur Holographic-Sides. Gib mir auf den Nissen. Mach, jetzt kann ich nicht mal weiter. Das ist doch scheiße, ist das. Sind wir noch beim Bäumchen? Ich weiß gar nicht mehr, wo die sind jetzt genau. Mann, ey. Da erwischt man die die ganze Zeit und dann will man hinterher und dann so was. Komm ich hier hin, guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Wissen noch, wie schwer so ein Kran ist, oder? Toll. Toll. Wegen der Bombing-Zone sind die jetzt weggekommen. Das ist echt unfair. So viel Lack, wie die jetzt hatten. What I want is sexy to fall. All I want for Christmas is you. Wir sind bestimmt schon in dem Haus daneben. Diese Säcke, man. Ich hasse das, wenn andere Leute so viel Glück haben. Das regt mich richtig auf. Hör, warum kann ich nichts aufheben hier? Das ist ein Joke. Einfach mal zeigen, in der Hoffnung, dass die schießen. Gleich flankieren die uns und holen uns noch. Wahrscheinlich. Den niemanden. Die sind auch nicht mehr da. Wir haben jetzt leider die Spur verloren wegen der Bombing-Zone. Ich wette, die sind in dem Haus drin. Wir sind auch schon wieder weitergefahren. Ich weiß auch nicht. Ja. Haus, oder? Ich glaube vom Haus. Das hat Gehalt, als die geschossen haben. Ja, ja. Ich glaube schon. Die sind ganz am Rand. Wunderbar. Müssen die rein? Ey. Ihr Haus ist nicht mehr drin. Oder? Nein. Ihr Haus ist nicht mehr drin. Die müssen da rauskommen gleich. Ah, ich habe hier keine. Ja, die können wohl noch links gehen, aber ich würde es nicht sehen. Links sehe ich so ein bisschen. In dem scheiß Berg. Ich bräuchte einen Viererscope. Ja, mal gucken, ne? Warte nur, bis wieder von hinten jemand mich erschießt, weil wir wieder hier herumtun. Jetzt werden wir gleich so Sicht haben und dann kommt wieder die rote Zone und dann müssen wir irgendwie raus. Irgendwie so ein Scheiß passiert gleich. Ja, das Ding ist, die können da links, ich sehe nicht, ob die links dann weglaufen, weil der so ein Scheiß. Wengard, der an Quantum Pro hat die Helligkeit wie bei H1-7 eingestellt. Lol. Was? Was für eine Helligkeit? Was hast du gemacht? Wie, die Helligkeit im Game? Keine Ahnung, hier hat mir nur einer gesagt, du hast die Helligkeit wie bei H1-Z1. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Was redet der? Ne, ich habe die Helligkeit im Game, habe ich gehört, ja. Was ist das mit H1 zu tun? So, Achtung! Die müssen in spätestens in einem Minus raus. Im Stream, weil es dunkel ist, dieses Game. Echt? Ja. Es ist ganz voll hell. Ja? Die werden auf jeden Fall da gleich raus müssen. Der Kreis ist jetzt super langsam. Mach mal hinne da. Bist du jetzt noch immer hier? Ob du da rauf gelaufen hast? Ich bin schon die ganze Zeit oben. Aber nie woanders. Oh, der Kreis ist so langsam. Achso, du bist da rauf gelaufen zum... Ja, ich habe ein bisschen mehr See. Das ist Taktik. Taktik ist das, Quantum. Ich schieße doch nicht aus dem Fenster. Hät mich schon... Wir sind schon weg. Wir sind hinten weg, wahrscheinlich. Aber das sieht es gar nicht. Wir stehen noch hier. Ist ja egal, aber wir sind ja eh noch drin. Also... Ja... Warum hat dieser Quantum so viel Scale? Oh, das kommt von hinten. Von hinten. Von hinten. Hinten, hinter uns, hinter uns. Bei dem Wrack-Auto ist schon einer. Ah, da. Hä? Nein! Quantum muss hochkommen. Ich hole mich. Ich hole mich. Mit dem Rücken zur Tür. Du bist ja mutig. Ich bin schon sicher. Granate. Nichts passiert. Ich bin ja hier nicht rein, oder? Ich werde mich erst mal heilen müssen. Nur leider geht das nicht. Also ich habe kein Medikit. Hast du ein Medikit? Äh, ja. Kannst du mir eins droppen? Jetzt habe ich wieder zwei getraut. Ich gebe dir das gleich zurück. Die kommen jetzt hier vor. Wir sind bei uns am Haus. Vorne drin, unten drin schon. Pass auf, die Treppe auf. Der ist schon unten drin. Ich könnte ihn leider jetzt nicht töten, weil es so lange gedauert hat. Die kommen schon hoch gleich, bestimmt. Du musst aufpassen. Ich bin draußen am. Okay. Doch. Schießen die auf dich? Nee. Ich habe den gerade ganz kurz gesehen, aber es wird zu spät. Oh mein Gott. Ich kann hier nicht drüber schießen. Wir wollen uns ausbrennen. Ich habe ja einen gesehen unter mir, aber ich kann, ich konnte nicht drüber. sind die dringend? Sind die schon oben? Ja, ja, die sind schon oben. Einer von denen ist tot. Den habe ich. Der schießt bei mir rein, aber der trifft mich nicht. Das ist kein Problem. Wenn er reinkommt, ist der tot. Oh, scheiße, Mann. Die Zone. Die Zone. Kann ich hier rausspringen? Ich kann hier nicht rausspringen. Warte, warte, warte. Wir müssen weg. Gucken, ob der noch ein Medikit hat, weil wir uns wahrscheinlich sehr krass hochboosten müssen. Aber der hat auch keinen. Schnell, schnell, schnell. Hier waren noch Ivo Autos, Quantum. Wo waren die Autos? Wir brauchen die Autos, sonst sind wir tot. No, ich will nicht sterben. Nein, wir sterben, wir müssen nur die Autos finden. Wo waren die? Shit. Da kommen zwei. Neben uns, neben uns. Oh, mein Gott. Zwei Leute laufen hier rein. Wir können die doch eben killen. Ja, dann hätten die ein. Die haben Auto. Ach, der hat dich getötet? Nein. Nee, nee, nee. Ich meine, Hauptsache, er trifft mich. Oh, shit. Ich habe keinen Medikit von mir. Sein Kollege ist down. Ich habe eine Granate. Aber dann ist das Auto kaputt, wenn ich die Granate werfe. Ich kann nicht. Kann ich die Granate haben? Warum das Auto? Sind die beide tot? Sind die beide tot? Ich habe keine Ahnung. Die sind beide tot. Wir haben die beide erwischt. Lass mich mal schnell gucken, ob die nochmal Medikits haben. Eine, eine haben die auch nicht. Das gibt es doch nicht. Oh mein Gott. Meine Energy. Kannst du dich hochheilen? Mit Boosts und so? Mit dem Bandage einen Boost? Ja, habe ich schon einen genommen. Okay, das ist schon mal ein Medikits. Jetzt ist es vorbei. Jetzt war. Das ist geil. Können wir nachher noch eine zu bringen. Fuck, 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 fuck. Wir sind Zäune. Oh, da müssen wir durchfahren. Einfach durch. Wir sind gleich drin. Nach ein paar Sekunden. Oh mein Gott. Okay. Doch, Bill. Was da? Lass mal kurz hier hinter warten. Oh, ja, Kaleela. Hilfe, Hilfe, Halfie. Äh, Bandagen. Super, wir haben keine Medikits und gar nichts. Hast du noch Bandagen? Dann kann ich, also ich kann dir Bandagen geben, meine ich. Bandagen habe ich. Okay. Brauchst du noch ein paar Boosts für das Ende? Ich habe drei Energy Drinks. Okay, okay, okay. Einen werde ich mir nachher noch reinpassen. Dann habe ich noch zwei. Dass die aber auch alle nichts hatten, Mann. Wir haben jetzt noch vier Leute geholt und einfach keiner hatte ein Medikit dabei. Was ist denn mit denen? Hier oben ist noch eine Zweierweste, falls du das brauchst. Äh, ich habe, ne, ich habe nicht. Die sind alle durch, die Leute. Warum looten die nichts für uns, Quantum? Warum looten die nichts für uns? Zum Kotzen, oder? Ja. 200 Meter vor uns ist, ähm, die nächste Zone. Wir könnten voll laufen. Warum kann ich noch eine Bandage nehmen, obwohl ich... Weil, bis das hochheilt, wenn du... Okay. Du sollst die Bandagen auch erst nehmen, wenn du schon hochgeilt bist. Sonst verschwendest du die ein bisschen. Der geht immer danach, wo dein Leben sind, anstatt von bis wo der Heim ist. So, ich habe mir alles reingepiffen. Okay. Ich höre ein Auto. Irgendwo. Wengerd hat keine Helm, One Hitch. Ich konnte leider nicht looten. Wenn ja keine Zeit. Da ist gerade ein Auto überschlagen. Okay, da vorne die Häuser sind drin. Müssen wir uns wohl in so einem Haus chillen erst mal. Und hoffen... Ich muss hoffen, dass ich noch irgendwo einen Helm looten kann. Da ist sicher jemand im Haus. Hallo. Ich glaube nicht. Können die Leute in jedem Haus sein. Warte mal. Ach, scheiße. Hier ist nur einer als Bambi gestorben. Warst du noch Red Dot Side? Nee, den habe ich. Dope. Das ist einzig. 4-2. Dope und Mad Kids. Bitte sag mir, dass hier ein Helm liegt. Sonst werde ich wieder one-hitted. Dann bin ich mir mit einem Schuss down. Dann bin ich mir mit einem Schuss down. Da, 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 da. Ich muss pieseln, Scheiße. Du bist noch nicht ganz drin, ne? Denk dran. Ja, jetzt solltest du auf jeden Fall drin sein. Fuck, ich brauche einen Helm. Ich brauche unbedingt einen Helm. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Sag mal bitte, dass ich hier drauf kann und irgendwas Gutes sehe. Es kann ja keiner mehr von hinten kommen eigentlich. Oder sollte zumindest nicht. Unser Glück. Wie weit sind wir entfernt? Das geht, oder? Das ist nicht weit. Aber wir haben halt keinen mehr. Ja. Und wir müssen durch die ganzen Häuser rennen. Du kannst ja trotzdem quasi nur einen Feind überleben bei der nächsten, wenn du dich nicht hochhalten kannst. Naja. Viel schlimmer ist, dass ich mit einem Schuss zum Kopf einfach gleich instant down bin, Mann. Ey, Latek. Ey, Latek und Frohb, ey. Ihr kleinen, kleinen Trolle. Okay, ich gehe mal weiter vor in die Häuser, weil ich brauche unbedingt einen Helm. Von mir fährt ein Auto los. Mhm. Ja, der ist, glaube ich, in die Zone gefahren. Weil es eigentlich, manchmal ist das gar nicht so schlecht. Weil ich habe schon Leute gesehen, die sind mit dem Auto in die letzte Zone gefahren. Die letzte Zone war im offenen Feld. Und die haben dann halt das Auto als Cover genommen. So, das war eigentlich nicht schlecht. Der kommt wieder zurück. Oh, da hinten ist ein... Oh, ich sehe... Hier ist ein Viererskop. Hier ist ein Viererskop hier oben. Nordwest. Nordwest. Bei dem Auto ist, äh, hinter dem ist ein... Ja. Typ. Ein oder zwei. Oben? Ja, hier. Ich dropp's hier hin. Viererskop. Steht. Fuck, ich kann den nicht abschießen, wegen der Tür. Wie gesagt, hinten, hinter uns ist auch was im Nordwesten. Ah ja, ich sehe. Ich könnte die beiden hier töten. Ich sehe einen, der ist bei dem Drei-Vergens. Ja, die sind beide tot. Der hat auch nichts mehr. Die sind beide tot. Ah, okay. Ich dachte mir, ich... Der eine war schon down, aber dann müssen die anderen ja noch... Okay, jetzt kommen die ganzen Sniper wieder. Ist da noch eine? Nein, nein, die von der anderen Seite, Mann. Den du als erstes gesehen hast, im Nordwesten. Der ist immer noch da. Du musst in den Kreis kommen, Quantum. Ich dachte, du folgst mir. Quantum. Oh shit. Oh shit. Oh, ich hab... Oh mein Gott. Du weißt, warum ich hier vorrenne, aber du schaffst das. Kein Problem. Ja, nee, das Problem ist keine Heilung halt generell. Ich hab Bandagen. Ich hab Bandagen. Du kannst dich wieder hochheilen. Bandagen hab ich auch. Komm hier hinter. Ja, dann nimm die Bandagen und teile dich hoch. Warte, ich dropp dir einen Energydrink hier. Ich hab noch. Hast du noch? Okay. Holy shit. Oh, das hat er abgezogen. Ja, leck mich immer. Ja. Ich dachte auch, du weißt das. Deswegen, ich hab das noch nicht erwähnt. Nee, das hab ich überhaupt nicht. Ich hab auch die... Ich spiele gerade. War ich fixiert. Zehn Leute. Immerhin sind wir noch ein Team bisher. Das ist doch schon mal ganz cool. So, mal gucken, ob die irgendwie Loot haben. Ich lauf mal hin. Ich probier's Quantum für uns. Ich mach's für uns, okay? Ich zieh mir noch einen Energydrink rein hier gerade. Scheiße, ich bin dran. Oh, auf mich wird geschossen. Renn weg. Ich hab einen Dreierhelm. Au. Bleib hinten versteckt. Ich guck, ob ich dir... Ich kann dir ein First Aid Kit mitbringen. Eins ist hier. Ich verstehe nicht, von wo genau. Das war jetzt... Holy shit. War nur eins? Jetzt kann ich wieder alle Mad-Kids verwenden. Ich bin... Ah, Bandage, Mann. Ich hab zwar... Ey, und unten ist ein Haus im, äh... Im Kreis drin. Und da wird hundertprozentig... Da laufen gerade welche hin. Scheiße. Zwei hast gut am Haus unten. Das bist nicht du, der schießt, ne? Nee, nee, nee. Wir sind gesandwiched. Und wo kam... Wir sind wieder gesandwiched. Nee, oder? Links von uns ist was. Und vor uns an dem Haus und rechts. Wir sind getrippelt-sandwiched, Mann. Wir sind nicht nur eine Milchschnitte. Wir sind ein fucking doppelter Oreo. Oh, no. Ich bin im Dings drin. Oh, God. Ich hab einen getötet. Sauber. Wen? Der, was auf der linken Seite war, wo du sagtest... Okay. Der hat geschossen. Bitte, lass mich hier drin sein noch. Fuck. Vor uns im Haus sind auf jeden Fall zwei Spieler drin. Ich seh niemanden gerade. Ich seh auch keinen. Ich bin auf einem offenen Feld. Aber ich weiß, dass vor uns im Haus welche sind. Also hundertprozentig. Oh, ich seh einen. Okay, okay. Moment. Ja, ja. Ich seh auch. Ich kann nicht schießen. Vor mir ist Gras. Ein Treffer nur. Ja, abgesehen. Letzt beim Baum, beim Haus. Wo ich den erwischen kann. Ich kann leider nicht vor. Ich werf eine Granate in das scheiß Haus rein, Mann. Wie sind die denn alle? Ich hab keine Ahnung. Hinterm Haus ist direkt was dran. Ja. Der ist nur ausgenockt. Der ist nur ausgenockt. Hab ihn aber gekillt. Hinterm Baum? Nein, nein, der hier im Haus war. Der hier. Noch einer gekillt. Nur noch vier, Quantum. Ich werf die Granate ins Haus rein, weil ich glaub, dass die im Haus sind. Noch einer down. Noch einer im Haus. Am Haus, Quantum. Im Haus drin. Hast du noch eine Granate? Nee, ich hab keine Granaten. Nee, der ist nicht im Haus drin. Aber wo ist der? Fuck. Irgendwo wird der wohl sein. Hier ist alles clear, rechts. Ich hab mich jetzt von hinten erschossen. Für das 8-Kid-Pankiller, der Typ hat alles. Aber nein, nein, der Typ muss auch hier sein. Das waren seine Kollegen, der war nur ausgenockt. Der ist im Haus. Im Haus. Ich werf eine Granate rein. Ich seh ihn leider nicht. Im Haus drin. Nein. Sie ist abgesprungen vom Fenster. Ich seh ihn ganz genau. Warte, ich versuche ihn zu töten. Ich kann hier nicht durch... Ich kann hier nicht durch... Sche... Ja! So ein bisschen. Wir haben's. Wir haben's. Halleluja. Da ist der scheiß Win auch endlich. Oh mein Gott. Die Granate ist vor das Fenster und zu mir zurückgeprallt gerade, Quantum. Ich dachte schon, ich hab mich jetzt gleich selbst getötet, ey. Sauber, sauber. Äh.